Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Battle of Olympus mit Vagogi und dieser Waschiberi da drüben, der wartet immer noch geduldig mit seinem Stock, damit er uns pieken kann, doch ich werde ihm mal die Gelegenheit geben. Haha, und daneben. Getroffen. Na, sehr schön. Nach unten geht's. So, wie ihr wisst, geht es jetzt, äh, wie weiter? Genau, hier weiter nach rechts. Oh mein Gott, kleiner Ruppler. Uah, übel. Fail! Ja, gerade so. Gut, lila Krebse da unten. Und weiter weg, weiter weg, weiter weg, weiter weg, weiter weg. Gut, weiter. Da drüben geht es zu dieser, wie heißt der denn? Ähm, Lamia? Lamia ist so ein Medusa Ding, keine Ahnung. Irgendwie so eine Hexe. Wie würde ich sie platt machen? Kann ich mich irgendwie ducken oder so? Hm, da trifft sie uns trotzdem hundertprozentig. Eins, zwei, oh Gott. Nein, nicht gut. Die schießt uns ab, die schießt uns ab. Eins, zwei, oh wie. Hallo, hallo. Ah, ich hab sie getroffen. Okay, ich hab sie getroffen. Ein Fortschritt, ein Fortschritt für Frau Gorgi. Mohoho. Getroffen, das ist immer gut. Wasi Berry? Do, 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 do. Armes Wasi Berry. Wasi Berry? Oh, du bist so süß. Oh, so süß. So, da unten wieder diese... Oh, ich hab immer noch nicht nachgeguckt. Wie heißen sie? Drehische Mythologie? Äh, sie kommt doch auch vor in hier, äh, Filmen und so. Da gibt's doch genug Filme, wo die vorkommen. Nicht Faun, oder? Faun! Faun! Faun heißen sie doch, oder? Faun? Waren's Faune? Heißen die so? Jump. Gut. Bam. Bam. Oh Gott, wieso hüpfe ich rein? Ich hab dich. Hallo? Schade, ich hätt's ja auch einen Abrund schicken können, oder so, ähnlich. Mohoho, hat nicht funktioniert. Naja, äh, ich bekomm's auf jeden Fall bald raus. Komm schon. Oh, Wasi Berry hast du geschafft. Ja, braves, tüchtiges Wasi Berry. Gut, weiter geht's. Na ja, Faune? Heißen die Faun? Ich weiß es nicht. Diese griechische Mythologie, kaum so am, was am Hut. Oh, okay, bis auf Götterbezeichnungen, da bin ich relativ fit. Ja, relativ. Die Beziehung liegt auf Räder. Ich will dort nicht hinein, warum gehst du dort hinein? Weil mein Controller spinnt und meint, er muss nach oben drücken, obwohl es nicht nach oben geht. So, Hallöchen. Boing. Nein! Komm schon, gib's mir. Boing, boing, bo... Hallo? Boing, hallo! Du hast doch vorher auch funktioniert. Boing, boing, bo... Hä? Boing, boing. Ich kann die doch tatsächlich irgendwie im Stand oder so abwehren. Das muss ich mal ausprobieren. Und das immer so funktioniert. Wasi Berry! Hm. Aber ich hab schon wieder null von diesen Perlen. Was sind denn diese Perlen? Sind das irgendwelche... Ist das eine Währung? Ich hätte mal gern einen Markt oder so, wo ich das rausfinden könnte. Komm schon her, komm her. Oh, gleich zwei! Wow. Skill. Oh, ich hab's nicht einsammeln können, weil's direkt auf der Treppe gestanden ist. Boah. Krass. Naja. Weiter geht es. Diesmal sind ich reingegangen? Respekt, du machst Fortschritte. Wer auch immer du bist. Wir haben dich Zora genannt. Mal wieder. Hauptpastormäßig und so. Bäm. Bäm. Hallo? Ich hab dir... ...mein Schild gezeigt. Oh Gott, nein. Hallo? Ich hab dir das Schild... ...gezeigt! Wieso drehst du dich um? Der dreht sich immer um. Hä? Warum dreht der sich um? Das war harsch auf. Keine Ahnung. Boah. Warum dreht der sich immer um, wenn der schlagen will? Hallo? Ich mein, bist du blöd? Ja, ich will dich jetzt treffen und da drehe ich dir mal einen Rücken zu, weil ich... ...dich nicht sehen will, wie du stirbst. Hallo? Und du bitte auch. Du bitte auch, hallo, gell? Na, haha. Gut. Weiter geht's. Hm? Gut. Boing, boing. Wir schaffen es. Also wenigstens mal ein bisschen Fortschritt hier in diesem Spiel. Also wir wissen, wir müssen dieses Ding da platt machen. Dann bekommen wir irgendwas. Also, du Ding. Du hängst davon ab. Den Triumph über dich, ja, den muss ich haben, weil sonst komme ich in diesem Spiel nicht weiter. Und deswegen sollte ich jetzt weitermachen. Zack. Job. Hallo? Wieso? Ich will mal was ausprobieren. Nicht getroffen? Nicht getroffen? Hallo? Hallo? Wie geht denn das? Hm? Ich bin einfach zu hart, denke ich, ja? Ich denke doch, jetzt hupfe ich auf das Waschi-Bär wie drauf. Hm? Weiter noch. Hallo? Okay. Ich hole dich noch ein. Nee, doch nicht. Und nach unten. Okay, okay. So. Was gibt's denn zum Labern? Boah. Oh. Was gibt's denn zum Labern? Mir war reiche Stimme weg. Huhu. Oh, ich kenne dich nicht. Bleib weg von mir, wer auch immer du bist. Hallo? Hallo? Ich hab getroffen und so. Hallo? Wir können weg mit dir und drüber springen. Natürlich. Warum hat's doch auch funktioniert? Ich hab doch direkt vor ihrer Nase dieses Dingens abgeblockt. Oh, ein Waschi-Bär-I. Do, 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 do. Oh, ich hab eine Perle. Oh, zu, zur Abwechslung mal. Ja, ja. Also, diesmal ist Vorsicht geboten. Ich hab jetzt keinen Bock, das Ganze so oft wieder zu machen. Ich will es jetzt endlich platt machen. Ich gehe jetzt voll auf Risiko. nicht voll auf Risiko sondern hier immer gespannt also mal gucken vorgehebt diesmal packst komm schon her boing 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 jump jump ich hab doch gerade eben abgewehrt wie geht das wie hast du denn gerade eben abgewehrt hallo ich will das können und so ich will wissen wie das funktioniert es geht ihr habt es doch gesehen das wäre voll von Nutzen wenn ich wüsste wie das jetzt das genaue Timing ich muss glaube nur ein kleines bisschen hochjumpen ich meine kann der auch irgendwie kleine Sprünge machen ne kann nur ok er springt immer gleich oh Gott ne also hochjumpen kann er auch nicht wirklich tot oh Gott ne ja zur Abwechslung in meinem Leben oh man oh man oh man oder Energie oder was auch immer juhu oh man wie dieser blaue Krebs herrennt und meint er könnte uns kriegen doch er tut das nicht so Abgrund wo wir nicht drüber doch wir kommen drüber ha 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 gut komm schon her boing boing ludu ludu aha ich muss draufhalten Leute ich muss draufhalten ich würde das packen dreht das sich doch tatsächlich wieder um warum warum hast du warum dreht das sich um ich bin gerade beim treffen und der dreht sich um lieber ich nehme jetzt mal den Baum als Gegner ha ha komm sie töte mich ha 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 ich treffe dich oh oh mein Gott der Baum der hat uns in dieser Zeit schon so oft getötet es ist nur ein Baum hm es ist doch so einfach ja nicht durch die Tür reingehen sonst kriege ich einen Wutanfall hm das ist auch ein hartes Game heilige Scheiße Texpire was hast du mit eingebrockt ich verliere nie wieder ein Megamantile oh Gott ne sag sowas nicht Fragogi sonst darfst du Battle of the Olympus 2 spielen oder so und rüber und rüber hallo ich will reinholzen hallo ich will reinholzen kann an gut ganz ruhig ich hab's gepackt ich hab's gepackt kleiner Junge hallo kleiner hallo ich will dich nicht hauen ich will mit dir reden hallo äh thank you for coming to äh danke dass du mir geholfen hast dass du gekommen bist um mir zu helfen kleine Junge ui ist er so weg oh süß was haben wir dort Fragogi nicht entlanglaufen ok ich bin mal gespannt ich muss ja erstmal wieder diese Frau finden nein ich hab ein ungutes Gefühl ich werde jetzt von einem Krebs geohnt ich werde jetzt von einem Krebs geohnt ohne Scheiß Leute ich werde jetzt sterben glaub ich ich will nicht nein 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 lauf nach oben oh Gott ne Junge Junge der macht mich ganz schwach dort nach oben lauf mach ja kein Fehler oh Gott nein 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 schnell rein schnell rein warst du es ok ne der war's nicht oh Gott oh Gott jawohl nein nicht rückwärts hochlaufen hä